Ich bin nicht Dave. Ich bin Botschafter für IPA und Pale Ale. Man kennt das. Man hat Durst, man hat Bier, aber kein Öffner. Die Sonne scheint. Ich werde jetzt Bier öffnen mit der Schlittenkufe. So, was machen wir? Na, das klappt nicht so ganz. Noch mal ein Versuch. Soll ich meine Schlitten festhalten? Halt, halt, jetzt! Die Sache ist ziemlich unelegant, aber der Durst ist groß und ich heiße ja nicht Dave, wie gesagt. Und wir öffnen mit dem Rucksackgestell. Es zischt schon? Es zischt! Und nun? Halt, weiter drehen. Oh, das Bier friert. Ja. Ah, ein Bier. Ein IPA auf der Schwäbischen Alb. Dreh dein Glas. Hallo, Dave. Schöne Grüße.